Meine Damen und Herren, der großartige, der sensationelle Erfolg der Abwrackprämie hat die Deutschen ja endgültig als das entlarvt, was sie sind. Wir sind ein Volk der Schnäppchenjäger und Selbstverarscher. Hören Sie, da haben Leute Autos verschrottet, die waren wesentlich mehr wert als die 2500 Euro, nur um an diese Prämie heranzukommen. In Zukunft wird der Deutsche ohne Prämie überhaupt nichts mehr machen. Ja, es ist ja jetzt schon so, Bausparren lohnt sich nur, wenn es eine Wohnungsbauprämie gibt. Ein Katalysator oder ein Rußpartikelfilter schafft der Deutsche nur an, wenn er vom Staat eine Prämie bekommt. Dafür beißt er auch mal die kaputten Zähne zusammen und verzichtet auf den überfälligen Arztbesuch, wenn die Krankenkasse für das nicht in Anspruch nehmen von Leistungen auch mal eine Prämie ausgelobt hat. Mit derselben Begeisterung abonniert er da wieder Zeitungen, nur weil er diesen Entsafter, der als Prämie auslöst, den wird er unbedingt immer schon mal haben. Die Investmentbanker und Spitzenmanager sind ja nur durch ein ganz kompliziertes System von Halteprämien überhaupt dazu zu bringen, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und das Wissen um diesen Wesenszug der Deutschen, diese Prämiengeilheit, den hat sich Ursula von der Leyen auch versucht zunutze zu machen. Sie wollte ja die Deutschen vor dem Aussterben bewahren, Sie können sich erinnern, und da hat sie gesagt, was können wir tun, es kann nur eine Möglichkeit geben, wir brauchen eine Fortpflanzungsprämie. Und so ist dann diese wunderbare Akademikerinnen-Wurfprämie entwickelt worden. Und das hat am Anfang auch super funktioniert, bis dann diese blöde Abwrackprämie kam, und da war dann die Wirkung der Akademikerinnen-Wurfprämie quasi verauspufft. Der Deutsche mag Kinder, aber er liebt Autos. Und jetzt sind es in ein paar Monaten, sind die Zahlen wieder dramatisch rückläufig. Ich habe es mitbekommen, die Deutschen sterben wieder aus, das wird jetzt wieder ganz schlimm, jetzt kommen die Artikel alle wieder, wie soll die Welt ohne Deutschen auskommen. Die Afrikaner haben ja schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und wo jetzt dieses von der Leyen'sche Wiederaufforstungsprogramm quasi gescheitert war, brauchte die Frau ja ein neues Thema. Und da hat sie wieder nach was gesucht, irgendwas mit Kinder. Mit Kinder ist immer gut, irgendwas mit Kinder, ohne dass die Kinder selber davon profitieren können. Und da ist sie auf die Kinderpornografie im Internet gekommen. Das war natürlich ein geniales Thema, muss man der Frau lassen, die hat ein Händchen für Kinderpornografie im Internet. Da können sie doch nicht mal ansatzweise darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, da was gegen zu machen. Leider ist jetzt diese Internetzensur, die die Frau Ursula angeleiert hat, die ist für die von der Kinderpornografie betroffenen Kinder genauso hilfreich, wie es die Wurfprämie für das fortpflanzende Deutschen war. Denn diese schrecklichen Seiten werden ja nicht gesperrt, meine Damen und Herren. Das Konzept, was sie jetzt entwickelt haben, heißt ja nicht, dass diese furchtbaren Seiten gelöscht werden. Nein, es wird ein virtuelles Stoppschild im Internet aufgestellt. Stoppschild, kennen Sie das vom Straßenverkehr, oder? Stoppschild heißt nicht, Durchfahrt verboten, Straße gesperrt. Stoppschild heißt, anhalten, rechts und links gucken, ob er keiner kommt, und dann weiterfahren. So ist das mit dem Stoppschild im Internet. Ah, die... Die Seiten werden eben nicht gelöscht, ja? Man sorgt nur dafür, dass nur noch die Leute hinkommen, die sich mit dem Internet besser auskennen. Und auch wirklich hinwollen. Das ist vergleichbar mit einem Polizisten, der im Park einen Vergewaltiger auf frischer Tat ertappt. Und anstatt sich auf die Frau zu stürzen und ihn zu retten und den Typ zu packen, ruft er ein paar Kollegen herbei und dann stellen die so einen Paravon auf. So einen Sichtschutz, damit zufällig vorbeikommt, und ein paar Seiten diese schrecklichen Bilder nicht sehen müssen. Da würde man auch sagen, gut, dass sich da mal einer drum gekümmert hat, oder? So einen schrecklichen Berger. Untertitelung des ZDF, 2020